Jo, moin Leute, willkommen zum Tippspiel Saison 2018, 2019 UEFA Champions League, dritter Spieltag der Gruppenphase, Gruppe A. Gruppe A. Bruges gegen A ist Monaco, 0 zu 3 für Monaco und Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid. 2 zu 2, 2 zu 2, Gruppe B. PSB Eintogen gegen Tottenham Hatsby, 2 zu 4 für Tottenham. Und FC Barcelona gegen Inter Mailand, 3 zu 1 für Barcelona. Gruppe A. Gruppe C. Paris Saint-Germain gegen SSC Neapel. Paris gewinnt 3 zu 0 gegen Neapel. FC Liverpool gegen RS Belgrad. Ebenfalls 3 zu 0 für Liverpool. Und Gruppe B. Lokomotiva Moskau gegen FC Porto, 0 zu 2 für Porto. Und Galatasaray Istanbul gegen FC Schalke, 0 zu 4. 0 zu 2 für Schalke. So, das war's mit dem zweiten Spieltag in der Gruppe. Für den dritten Spieltag, der erste Teil in der Gruppe, äh, in der Gruppenphase der UEFA Champions League Saison 2018, 2019 Chips. So, mach's gut. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.